Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen meine lieben Freunde. Ich habe hier gerade mal gesehen, bei Shield habe ich 0. Jetzt würde mich mal interessieren, ob wenn ich ein simples Schild krafte, ob dann mein Schild höher ist, ohne dass ich dachte, ich muss das immer in der Hand tragen. Was ist denn das eigentlich? Granate, okay. Aber vielleicht reicht es ja, wenn ich mich damit ausrüste. Hier haben wir ein Wood-Schild, ein Steinschild könnten wir herstellen, ein Logo. Ein Kupferschild könnten wir herstellen, ein Eisenschild nicht. Wir stellen mal ein Kupferschild her. Dann gucken wir mal, ob wir das tatsächlich hier in den Schildport reinknallen können. Oh ja, okay, er trägt es und gleichzeitig haben wir, aber wir haben immer noch Schild 0. Das ist natürlich doof. Ah, okay. Okay, er schützt uns also. Gut. Naja, was soll's. Dann tragen wir halt dieses Schild mit rum, wenn uns das irgendwie schützt. Ja, und jetzt wollte ich... Ich könnte natürlich da lang oder da lang. Ich gehe mal da lang. Das ist eigentlich weg von diesem Alien-Lager. Und jetzt müssen wir wirklich gucken, dass wir gezielt Zeug sammeln, was wir brauchen. Und zwar brauche ich... Ich brauche... Ich brauche... Ich brauche Patronen. Und für Patronen... Gibt es Gott sei Dank nur eine Sorte Patronen. Brauche ich Kupfer? Davon habe ich genug. Ich brauche Gunpowder. Und dafür brauche ich Kohle. Von Recycli-Burned Torches und Campfire aus Synthetix. Ah. Campfire aus Synthetix. Guck mal, hier gibt es auch noch eine ganze... Campfire. Konnten wir denn den Campfire jetzt schon herstellen? Wie war das? Campfire. Bla, 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 bla. Kupfer. Ey, was es da alles gibt? Unglaublich. Hier, wo war denn das Campfire? Mann. Mann. Kein Stress jetzt hier. Hier. Also alles Teile für Autos und so weiter. Die würde ich mir auch ganz gerne nochmal bauen bei Gelegenheit. So mal gucken. Sag mal, gibt es da eigentlich einen Bauplan? Einen fertigen für ein Auto, sag mal. Also hier gibt es ja einzelne Teile. Hier ist ein Campfire. Komm, wir probieren es mal. Probieren es mal. Ob aus diesem Campfire jetzt... Was können wir denn jetzt machen mit dem Campfire? Er legt es drauf an, wa? Was können wir damit jetzt machen? Menü mit links. Turn, get, close. Ach, reichte Maustaste. Turn. Da können wir es drehen. Close. Warte mal, wir machen get. Und dann mal gucken, ob ich jetzt Kohle habe. Hier, vier Kohle haben wir geschaffen. Das ist ja cool. Vier Kohle haben wir geschaffen. Dann müssten wir doch jetzt eigentlich... Die Sonne geht unter. Oh Mist. Wenn wir vier Kohle geschaffen haben, dann könnten wir doch jetzt Patronen schon erstellen, oder? Also wir müssen im Prinzip das Lager Feuer Train Card. Geil. Wir müssen nur das... Andere Fahrzeuge gibt es hier nicht, wa? Nur Train. Repairmaschine. Factory Replicator Incubator. Gibt es schon geile Sachen. Ah, eine Truhe gibt es auch. Storage. Sehr geil. Powerplant. Okay. Ah. Ich wollte aber in erster Linie jetzt mal gucken, nach dem... Nach dem Patronen. Ob ich da jetzt... Nee. Ach so. Jetzt kann ich hier Gunpowder herstellen. Das führt natürlich dazu, dass ich jetzt doch hoffentlich Patronen herstellen kann. Oh yeah. Aber richtig viel gleich. Das ist natürlich cool. Cool. Jetzt habe ich 51 Patronen. Und habe immer noch dreimal Sulfur übrig. Also ich könnte ja, wenn ich jetzt noch... Wenn ich das Feuer jetzt noch mal... Ach so. Jetzt ist es weg, oder was? Muss ich jetzt ein neues Feuer craften? Neues Feuer. Das war doch hier, wa? Nee, hier. Bei Ressourcen. Hier bei... Keine Ahnung. Bei Leitern. Motorbike Seat. Ach, ein Sitz. Das ist ja cool. Könnte ich jetzt einen Motor bei... Aber es gibt keine Baupläne für Fahrzeuge, für komplette Fahrzeuge, wa? Nee, sehe ich jetzt spontan nicht. Oh, ich könnte natürlich auch im Dunkeln hier rumlatschen. Ein Jetpack. Das wäre natürlich geil. Da brauche ich zwei Aluminium. Wie kann ich das herstellen? Aber das findet man nur pur. Und Glider? Wow, ich brauche Aluminium. Aluminium. Wo finde ich denn das Zeug? AL ist doch Aluminium, oder? Oder AG? Tja, dazu müsste man sich so ein bisschen auskennen. Ach, das ist Silber. Okay, AL ist dann Aluminium. Also da würde ich jetzt mal sagen, auch alles da, wo das Lager ist, wenn überhaupt. Na, ist egal. Wir können ja noch... So, wollen wir jetzt im Dunkeln rumlatschen und die Kopflampe aufsetzen? La la la, wo ist sie? La la la, la la la, la la la, hier. Hier? Ja, okay. Schon wieder sieben Minuten vorbei und wir werden mal vorsichtshalber die Waffe nehmen. Und jetzt gehen wir mal in die Richtung. Das war doch die richtige Richtung. Nee, gar nicht. Hier lang. Richtung Norden. Und dann gucken wir mal, was wir da erreichen. Also, Aluminium wäre interessant. Da könnten wir uns einen Gleiter bauen. Ein Jetpack wäre natürlich richtig geil. Fischer. Oh, der ist aber... Oh, der war zu stark für mich. So viele Patronen verbraucht, brauche ich wieder Sulfur. Mal kurz warten, bis der ein Stück weg ist. Ja, so macht man seine Erfahrung. Und schnell weg hier. Ist es noch die richtige Richtung? Hier mehr in die Richtung. Richtung Norden, wenn es denn Norden ist. Können wir eigentlich die Headlamp ausmachen? Weiß nicht. Batterie haben wir ja 2500. Ach, da ist unser Haus. Dann gehen wir mal in die Richtung, da waren wir noch nicht. Oh, wie geil. Die Pflanzen leuchten nachts. Oh, da ist einer abgestürzt. Ist ja gestorben. Hier ist der doch abgestürzt. Wo liegt der? Müsste doch hier liegen. Theoretisch. Hier liegt aber keiner. Kann das hier? Mal abbauen. Geht das? Nee, ist nur Deko. So, in die Richtung mal gehen, das ist scheinbar ein neues Biom, oder? La, 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 la. La, 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 la. Können wir das hier abbauen? Auch eine Deko? Das ist doch eine Blume hier. Tulpe. Warum habe ich jetzt eigentlich eine Spitz? Ach, so eine Hacke ist das. Ich hätte mal lieber vorsichtshalber einen Bogen in der Hand. Äh, einen Bereitschaftsmodus. Da, 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 da. Guck mal, das sieht aus wie, ach, das ist ein Tier. Wow, Alter. Oh Gott. Gleich sind meine Patronen alle. Oh fuck, er war fast tot, ey. Er ist fast tot. Ich habe keine Patronen mehr. Scheiße. Alter, wer hat mich diesmal getötet? Diese komische Spinne. Iiiiihihihi. Alter, was ist denn das für eine Spinne? Ich will den Typen da noch erlegen. Der ist doch fast tot, Mann. Die Spinne da, die haut ab. Vielleicht kriegt man ja wenigstens ein bisschen irgendwas Tolles, wenn man den hier lootet. Oh ja, Anime Skin. Aber schnell weg jetzt, ey. Ach du Scheiße, meine Energie ist ziemlich weit unten. Oh nein, 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 nein. Das ist ja eklig, ich habe eine richtige Gänsehaut bekommen. Das ist echt eine Spinne. Wow, eine giftsprühende Spinne, wie eklig. Mal warten, bis sie weg ist. Ach nee, nee, das ist mehr so eine Art Heuschrecke. Eine riesige Heuschrecke. Mal warten, bis sie weg ist. Tja, macht doch Sinn, sich ein Haus zu bauen, wa? Über Nacht. Ja, und das ist schon wieder ein anderes Bier um. La, 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 la. La, la, la. So, wir haben nachts angegriffen? Ich hoffe nicht. Nee, eher nicht. Also nachts kriegen die gar nicht mit, dass wir da sind, glaube ich, ja. Okay. Ups. Bett wieder einsammeln. So, und jetzt können wir auch eigentlich durch die Kopflampe erstmal wieder wegtun. Muss ja nicht zwingend die ganze Zeit mit Kopflampe unterwegs sein. Dann gehen wir erstmal auf die neuen. Dann gehen wir erstmal auf die neuen. So, jetzt sind wir erstmal wieder ganz kurz. Und nochmal auf die vier. Und nochmal die neuen. So, jetzt sind wir erstmal wieder ganz gut ausgerüstet. Aber wir haben keine Patronen mehr. Das heißt also, wir brauchen Sulfur. Wir brauchen Sulfur. Muss eine Erze abbauen. Erze. Da sieht es ein bisschen erzig aus. Natürlich nicht vergessen, jegliche Pflanze abzuernten, die wir irgendwie bekommen können. Weil sich herausstellen wird, dass wir die brauchen. Hier, guck mal hier. Ah ne, schon wieder so ein Typ. Die sind doch eigentlich harmlos, wenn man denen nichts tut, oder? Ja. Okay. Dann werden wir jetzt mal hier ein bisschen abbauen. Mal gucken, was da rauskommt. Dirtblock, Stone, Kupfer, Stone. Ah, ein bisschen Sulfur haben wir bekommen. Und Eisen, sehr schön. Das ist eine gute Gegend hier. Grafit. Werden wir hier mal ein bisschen farmen. Unsere Gesundheit ist jetzt so gut, dass wir einen Angriff überstehen. Und wir werden mal in der Zeit hier ein Feuer brennen lassen. Damit wir unser... Damit wir unsere Kohle bekommen. Die wir brauchen. Wo war denn das Feuer? Ne, hier nicht. Bei Tool? Mobile Wasserpumpe. Ey, hier gibt es so viel noch zu entdecken. Ich bin wirklich erst ganz am Anfang. Also das wird so bestimmt so ein Let's Play mit 100 Folgen, oder? So, bis ich das hier alles ergründet habe. Bin ich überzeugt von. Wir werden uns auch auf jeden Fall ein Gefährt noch bauen dann. Aber noch bin ich nicht so weit. Einfach nur ein simples Feuer jetzt mal craften hier. So. Das stellen wir jetzt mal hier. Aha, hier hin. Lassen das mal brennen. Und dann produziert uns das nämlich... Produziert uns das nämlich erstmal Kohle nebenbei. Und dann können wir uns wieder Patronen herstellen. Und ich würde auch mal gucken, ob ich noch eine fettere Waffe mir bauen kann. Sulfat. Auch nicht schlecht. Also spätestens wenn ich meine... Wenn ich dann mal eine Stelle finde, wo ich Aluminium finde. Dann könnte man natürlich überlegen. Jetpack mäßig oder so. Ob man da irgendwie was starten kann. Das ist noch eine Pflanze, die ich ganz gerne ernten würde. Und jetzt gucken wir mal, wie viel Kohle wir jetzt bekommen haben. Dass wir ein paar Patronen uns craften. Vier Kohle pro Feuer oder was? Was ist denn das hier? Neu. Graffit. Ah, okay. Dass wir uns jetzt mal ein paar Patronen craften. Bei Waffen war das... Ne, nicht bei Waffen. Oder? Das ist natürlich... Ne, ich sehe keinen Feind. War das nicht bei Waffen? Aber ich wollte ja auch mal gucken, ob ich noch eine krassere Waffe bauen kann. Rifle. Da brauche ich 10 Stahl. Wie kann ich denn Stahl herstellen? Mal gucken, ob wir 10 hinkriegen. 13 können wir mal machen. 10 Stahl. Cool. Und jetzt? Oh yeah. Oh yeah, ein Rifle. Cool. Sehr cool. Das war schon mal was. Ähm, aber Patronen will ich auch noch machen. Ähm, aber Patronen will ich auch noch machen. Ne, nicht Artery Shell, sondern normale Patronen. Aluminium Case, Aluminium Base ist... Man kann auch Truhen herstellen. Vielleicht sollten wir uns doch ein kleines Hütchen bauen. Vielleicht finden wir eine Gegend eine schöne. Dann bauen wir uns ein paar Truhen. Sehe ja noch nicht so ganz durch. Warum da eben nicht die Patronen waren in diesem Bereich? Hier sind doch keine Patronen. Hier nicht, ne. Hier. Guck mal, hier könnte ich mein Haus... Mein Haus beschützen, indem ich dann so eine automatische Waffe aufbaue. Ist natürlich auch nicht schlecht. Könnte mir ein richtig großes Lager bauen. Das wäre natürlich auch mal was. Ich habe doch Kohle. Ach, Gunpowder muss ich erstmal herstellen. Max. 4 Gunpowder. Und jetzt Patronen. Max. 28. Na, immerhin. Immerhin. 28 Patronen. Und jetzt würde ich mal ganz knallhart... Die Rifle ausrüsten. Ich bin mal gespannt, was die jetzt macht. Wenn wir auf die 7 gehen. Und dann schießen. Oh ja. Oh ja. Das ist auch schon mal geil. Aber trotz alledem sollte uns ja nichts davon abhalten, hier noch ein bisschen mehr abzubauen vielleicht. Also hier ist so eine Gegend. Hier gibt es irgendwie Grafit. Das ist interessant. Wir könnten natürlich auch mal gucken, weil Aluminium wäre echt cool. Ob wir hier eine Chance haben, Aluminium zu finden. Scan. Und wenn wir jetzt hier auf Aluminium gehen. Ich habe mal den Eindruck, bei diesem Scan hier verändert sich überhaupt nichts. Weißt du? Also hier ist irgendwas. Weißt du? Hier an der Anzeige verändert sich nichts. Die bleibt einfach so. Als wenn hier alles wäre. Wo bin ich denn gerade? Da bin ich. Na? Okay. Er läuft rückwärts. Nee. Okay. Ich muss zurück. Also wirklich hier. Dieses. Hier ist ein Reservoir. Wo es Zeug gibt. Alles mögliche scheinbar. Selbst Aluminium könnte man hier finden. Könnte man natürlich überlegen, ob man sich hier unter der Erde... Grafit ohne Ende. Einmal Sulfur wieder. Oh, die Folge ist vorbei. Okay, meine lieben Freunde. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich glaube, wir sind hier auf einem guten Weg. Oder? Ist doch geil, oder? Also mir macht es irre Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.